Herzlich Willkommen, schön, dass ihr alle auf dem Start seid. Folgendes habe ich mir gedacht heute. Ihr wisst, dass heute der Tag ist, ich habe es versprochen und ich halte mein Versprechen heute endlich mal. Lange habt ihr drauf gewartet. Ja, ich werde jetzt immer wieder runterlaufen und anfangen Pakete hochzuschleppen. Ihr seid einfach live dabei, ist doch okay, oder? Hoffentlich ist wieder Scheiße im Paket, aber er wünscht sich sowas. Ich gehe rein und raus. Ich kann nicht. Der hat heute einfach in die Ecke gepisst. Mann, was kommt denn da raus schon? Da kommt schon so Zeug raus. Was schickt ihr? Was schickt ihr denn? Bitte suchen das Paket mit pinkem Kliff. Was ist? Was? Jetzt schreit ich. Kannst du mir helfen? Der Einkauf ist so schwer. Natürlich! Eins, zwei. Drei, vier. Boah, jetzt reicht's. Es reicht. Riecht hier was vergammelt? Kläppchen drin von Weihnachten. Hier riecht echt was vergammelt, gell? Hier riecht's vergammelt, Chef. Klatschen! Klatschen! Jetzt Achtung! Und los! Schauen wir mal, was das ist, tolles. Der rammelt mich an. Ja, der rammelt ja. Der rammelt gerne. Der hat gestern schon mal gekuschelt hier voll. Ja, da ist wahrscheinlich nichts Gescheites drin. Reine Rechte über Schwerbehinderung. Also, das tun wir gleich weg. Das brauchen wir mal nicht. Mensch. Habt ihr gesehen? So ein Quatsch. Zeitverschwendung. Warum stinkt das alles so? Das hab ich nicht gewaschen. Warum stinkt das alles so? Merkel, pass auf, Bundesregierung. Ohne Scheiß. Es ist wirklich Bundesregierung. Ihr lacht, aber es ist wirklich Bundesregierung. Ich zeig's euch. Es ist kein Witz. Es ist Bundesregierung. Ja, sag ich doch mal. Oder die Merkel. Ja! Die will mich. Nationale Demenzstrategie. Jetzt reicht's. Ist ja gemein. Ist krank. Was hat der Junge hier geschrieben? Was wollte er? Er ladet euch, der ladet dich ein und monte auf. Wohin? In seine Grillplatte. Da wird sich Marcel freuen. Nach Ostfriesland. Aber da kommen wir. Da werden sie mal anrufen, oder? Hallo? 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 Bruder, ich bin's. Moin. Fortnite. Besser. Ja, wer ist hier? Junge. Muss ich erst rübsen und furzen, bis du es erkennst, oder was? Hier, Knossi? Bist du? Ja, ich bin's. Ich kann dir nicht versprechen, dass wir, äh, dass ich mit Marcel zum Grillen kommen kann, ne? Warum? Der Arme. Mal richtig ein Reinsmaschen. Gut, mein Lieber, ich muss weitermachen. Ich hab noch 80 Pakete. Hallo, Knossi. Da ich kein Haushaltsmüll gefunden habe, dachte ich, ein schönes Schild ist auch eine gute Idee. Dann kommt jetzt auf jeden Fall Schrott, dass ich, da ich kein Hausmüll gefunden habe. Boah, aber ey. Und das ist jetzt gleich hier drin, Mutter. Ja, ja. Boah, dass es so groß ist. Das Glas steht da extra. Einfach krass. Boah, ist das geil. Das ist geil, ist das. Oh, das ist sauschwer. Vorsicht, Glas. Und du schüttelst. Ne, ich höre doch aus. Das geht doch nicht kaputt. Ihr seid, die verpacken das so, dass es nicht kaputt geht. Geil. Freibier, 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 hoch die Krüge. Oh, nee, bitte nicht. Was ist das Pfefferspray? Ich weiß nicht, ob Deo. Ne, hör auf. Bitte nicht. Ne, hör auf damit. Oh, nee. Jetzt hör doch auf. Ih, was ist denn das Stinkerspray? Oh, Purzspray. Warum machst du das? Oh, mach schon das. Das stinkt alles jetzt. Mensch, ihr gebt immer das Scheiße hier. Wieso tue ich schon? Ach komm, ich weiß doch nicht, was das ist. Na, lest doch. Ach, was? Ich hab gesagt, sprühe nicht. Du, das stinkt wie echte Scheiße. Wenn du dich kennt, das ist genau der Geruch. Ihr kennt ihn. Wenn du nicht richtig abgewischt hast, aber, und dann am Abend merkst du, es ist so ein bisschen juckig und dann fährst du einmal mit dem Finger reinheimlich und schnupperst, ne? Genau das, aber in massiver Ge- In massiv Scheiße. Aber Leute betrachten mich immer, als dass ich einer bin mit Down-Syndrom. Ja, weil sie blödsinn. Aber auch nicht wie ein Down-Syndrom. Willst du jetzt ja drauf einfallen? Ne, auch nicht, ne? Ne. Der kämpft in dir aber gar nicht. Ne, der hat so ein großer Kopf. Oh, das ist was Gutes. Warum? Mutter sieht ein DHL-Paket? Das ist nicht schlecht. Oh nein, oh nein. Was? Oh nein. Alle Jahre wieder. Riech mal. Oh, meine Mutter, pass auf. Alter, mach den Fehler. Nicht wieder auf, den Trumpf rumzuschneiden. Spinnst du? Ja, was willst du dann machen? Hör doch auf! Was denn? Riech doch mal. Ja, was willst du jetzt machen? Nicht aufmachen. Schnee mal wieder eine Scheiße-Spray. Kann es nicht sein, ein Furze-Spray. Alle Jahre wieder Fortsetzung folgt. Manche ist schon A-A drin. Ich habe Unterhaltung. Pass doch, mach doch langsam. Du, Sack! Jetzt reicht's. Teil 2 steht da noch unten. Riech mal. Wirklich, riech mal. Das stinkt. Warum Teil 2? Riech doch mal. Ja, ich riech doch. Das ist doch scheiße. Das schmeißt es aus dem Fenster. Kiste weg. Da kommt eine Kiste nach der anderen. Klebestreifen unbedingt zum Verschließen des Umkartons nutzen. Was? Ich habe doch nichts gemacht. Ich habe noch nie so ein mysteriöses Paket gekriegt. Was soll uns das sagen? In jeder Umverpackung sind D-Böller drin. Da denkst du, das knallt jetzt. Was ist das denn jetzt? Das ist wie ein Körper da drin, ne? Benni, komm mal her. Berühr mal. Hier, wenn das ein tolles Tier ist. Stell dir mal vor, das ist ein Vogel oder sowas. Und hier vorne ist ein Schnabel oder sowas. Was macht vorne hart? Ich komm her doch mal. Ey, was ist die Künfte? Du hörst auf, du gehst weg. Ich bin nicht mein Leben. Geh weg. Du spinnst. Alter, das war noch nie so spannend, gell? Gell? Das war noch nie so spannend. Oh mein Gott, das ist never ending, Alter. Das ist never ending, ey. Noch ein Paket. Noch ein Paket. Der Herzkönig. Was willst du denn von mir? Was denkst du denn, wer du bist? Du bist dieser Verdammte mit dem Fahrrad von Zorn? Ein Weihnachtsgeschenk. Das war doch von Weihnachten. Ach nein, Alufolie. Auch noch. Ich kenn ja so Gefühle. Boah, stinkt das. Was? Stinkt. Schmeiß es weg, guck gar nicht rein. Es stinkt. Was ist das denn jetzt? Riech mal da dran, was stinkt. Es stinkt, riech mal da dran. Ah, Jens, da ist bestimmt nichts G'scheides drin. Soll ich es einfach aufhebeln oder soll ich es so rein? Nee, nicht reinstechen, weiß ich. Warum? Was ist das? Geht in die Luft oder was? Ich hab nur die Vorstellung. Ich stell mir nur vor. Jens, hör doch mal auf jetzt. Nein, aber stell dir doch mal vor nur. Stell dir doch mal vor, du fängst das selber anzubrechen. Naja, weil du kotz. Setz dich jetzt hier hin, wir stehen es zusammen durch. Das stinkt. Jens. Riech mal. Nein. Stinkt es nach verfaulten Eiern? Dann nicht weiter aufmachen. Schlimmer. Jetzt mach Mund zu. Komm doch hierher. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Es ist scheiße, du dreckst. Es ist scheiße, du dreckst. Ich schmerle dir. Es ist scheiße. Rechts runter aber. Es kann nicht sein, dass ich wieder scheiße hier habe. Das Schlimme war, die Scheiße dieses Jahr war extrem weich. Extra was hingekritzeltes. Und dann Bremen. 18. 18. Januar hat einer in die Tüte geschissen. Heute machen wir es auf. Weißt du, wie lange wir in der Garage die Scheiße hatten. Das kann nicht sein. Wie lange wir die Scheiße hatten in der verdammten Garage. Nein, du bist Knossi. Ja, danke. Du bist Knossi. Deine Freundin hat auch mit meinem Kumpel geshootet. Echt? Sämia. Sämia. Ach, du kennst den Sämia. Ja, genau. Ach so, jetzt verstehe ich. Ah ja, okay. Oh mein Gott, echt. Sorry, ich zitterkratze. Welcher Sämia? Der hat sie fotografiert. Wann denn? Äh, ich weiß nicht, schon länger. Wie kommt das heute? Oh mein Knossi, ey. Oh mein Gott. Hat es nicht erledigt. Ich mache einen Termin, ja. Warum nicht? Du wirst nicht spontan, wie man halt bis morgen macht. Mach doch morgen mit Sämia, kannst doch gehen. Mann. Ich hänge die Plauze in zu kalte Wasser unten. Das ist ein Fotograf. Ein Fotograf, ein Fotograf. Für mich sind diese Fotografen, die die Frauen anschreiben, alles Leute, die billig, die gerne auf Date gehen wollen. Ja, wenn ich fotografieren bin, so eine Frau. Ja, für Instagram, ja klar. Ja, Mann, hast du Zeit? Das ist für mich Fotograf heute. Aber was? Hör auf. Oh, Schatz. Alles Blödsinn. Oh mein Gott, 18 Karat? Boah, die sieht wirklich gut aus. Das ist wirklich... Das K könnte auch einfach für Knossala stehen, ne? Habt ihr heute was verdient, oder was? Wo ist das Geld? Hast du was verdient heute? Hast du was gemacht, oder was? Mann, ich gebe, 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 mache, mache. Ihr sollt laufen gehen, laufen. Mann, du, Geld wächst nicht auf den Bäumen. Guck, dass die Kunden rankommen. Mann, du, dann wackelt er nicht genug mit dem Arsch. Ist das ein Lippenstift gerade? Ist das ein Lippenstift? Probier doch mal. So reißt du mir eigentlich alles aus der Hand. Alter. Nein, jetzt ist er kaputt. Ich kenne mich doch nicht aus. Kein Brief dabei. Kein Brief, nichts dabei. Krass, einfach so. Was reißt das wieder? Stopp. Oh nein. Du warst bestimmt reingeschnitten mit dem Kater. Jetzt haben wir es ja bereit. Das ist doch eine scheiß Verpackung. Ich zeig doch, wir können Menschen zuhause sein. Wie verpackt sind du den Scheiß? Platz. Ja, aber kannst du mir mal kommen, wie du das abnehmen? Hier läuft die ganze Brühe. Ich bin voll. Hier ist alles voll. Der ganze Computer voll. Der ganze Schrank ist voll. Das ist nach da gespritzt. Die ganze... Alles ist voll mit Cola. Mit seinem Scheiß. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Töte das doch mal an. Ey, hier ist alles voll. Jetzt ist hier... Jetzt ist... Wer hier noch bleibt, bleibt. Ich kann es... Ich brauche hier was für einen Boden. Ey, hier ist alles... Ich bin... Mein Leben ist ruiniert. Weißt du das eigentlich, Mutter? Die Drecks-Cola. Die Scheiße war in Ordnung. Aber diese Drecks-Cola hat uns das ganze Leben versaut. Hier klebt... Ich kann... Es wird keine Streams mehr hier geben von hier. Ich... Hör auf. Ich beende. Ich beende die Streams. Ich beende die Streams. Ich beende die Streams. Ich beende die Streams. Vielen Dank.